Ich habe einen neuen Fall, ich muss los. Agent Prent is Agent Brossi vom FBI. Wie viele Opfer sind es bisher? Sieben. Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Sie suchen nicht nur nach Beweisen. Neben einer der Leichen haben wir diese Kiste mit Krimskramps gefunden. Was bedeutet das? Nicht nur nach Motiven. Wieso ist die Kernfrage der Ermittlungen? Sie suchen auch dort, wo sonst keiner sucht. Wir müssen einen Blick hinter die Fassade werfen. Irgendwas stimmt da nicht. Der Kerl ist kaltherziger als wir dachten. In der Psyche. Es ist nicht dasselbe. Das ist die Zwangsstörung, die ihn antreibt. Criminal Minds Staffel 14 auf 13th Street.